Mein Name ist Ulrich Fischer, ich bin Projektleiter der Aachener Reitturnie GmbH, zuständig für alle Zeltbauten und fliegenden Bauten hier auf dem Turniergelände. Wir sind jetzt gerade hier im VIP-Bereich, den Champion Circle, gebaut von der Firma Neptunus. Hier natürlich haben wir jetzt auch eine neue Konstruktion. Die Fläche hier beträgt knapp viereinhalb tausend Quadratmeter, wo wir unsere Restaurants untergebracht haben, die Lounge untergebracht haben. Vor drei Jahren haben wir uns entschieden, einen großen Pitch mit der Firma Neptunus zusammenzuarbeiten und sind sehr froh, dass das geklappt hat. Die Entscheidung dazu kam aufgrund der Innovationen und Erneuerungen, die die Firma Neptunus bietet, die Flexibilität, die die Firma hat, sowie auch die kurzen Anfahrtswege nach Aachen. Das war sehr entscheidend dafür, dass wir uns die Firma Neptunus entschieden haben. Wie man es jetzt auch schon sieht, wir sind auch vom Bauzustand eigentlich schon fertig. Morgen geht es auch los. Die Gäste sind willkommen und da freuen wir uns ganz besonders drauf.